Zwischendurch noch mal ein ganz kurzer Tipp. Man hat ja Fischhände, wenn man Fisch anfässt, gerade mit dem vielen Schleim dran, man hat Fischhände. Man sollte die immer mit kaltem Wasser abspülen, nie mit warmem. Immer mit kaltem Wasser. Und um den Geruch loszuwerden, nehmen Sie einen Metalltopf, einen richtigen Metalltopf, feuchte Hände und reiben die Hände einfach an den Metalltopf ran. Und? Nix. Alles weg. Geht übrigens mit Zwiebeln, mit Knoblauch. Funktioniert super gut. Probiert es mal aus.